Okay. Nein, nicht hart. Ich spiel immer auf hart. Na, servus. Na, sicher. Dann mach hart. Ich spiel immer mit hart. Was heißt FPS? Passt, wir sind sehr experienced. Du weißt nicht, was du sagst. Was heißt FPS? First Person Shooter. Ach so. Ich bin ja auch mit First Person Shooter. Das wird spannend. Let's see. Let's die a little. Ach Gott. Der wird dir auch nicht helfen. Vielleicht. Ich bin nicht sehr experienced. Wie warst du? Du spielst ja auch mit der Szene. Ich war sehr experienced. Ja. Das ist halt so, als ein breiter Riff. Ja. Du kannst schon schauen. Ja. Du kannst schon schauen. Ja. Was spielst du sonst? Was spielst du sonst? Was spielst du sonst? Ja, sag mir. Assassin's Creed. Assassin's Creed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Brotherhood Revelations. Die spiele ich noch. Also du hast 5 Teile von Assassin's Creed. Es gibt so viele, ja. Es ist ein Teil mit einem Stutcher. Wirklich? Nein. Das hast du wieder aufgeklickt. Ja, tut mir leid. Ich spiele es nicht. Dann Uncharted 3. Nur den 3? Nur den 3, ja. Okay. Allein sind 2, weiß ich nicht. Zwischen noch gespielt. Ah, GTA 4 hat man nicht getaugt. Ja, das hat man auch nicht getaugt. Dann, weiß ich nicht. Vieles, vieles. Mit diesen langen Intros. Das war jetzt wirklich eine lange Intro. Das kann mich schon bewegen. Weiter wahrscheinlich. Ja, sicher. Aber jetzt gehst du ein bisschen. Und dann kommst du wieder in der Landschaft wahrscheinlich. Ich habe auch schon so ewig keine PS mehr gespielt, dass ich einfach, ich bin es nicht mehr gewohnt, dass ich sehe. Also dass ich direkt aus den Augen des Charakters sehe. Ich bin diese Third-Person-Geschichte so gewohnt. Wie bin ich jetzt geduckt? Aha. Auf Kreis ducken, auf X jumpen und sonst wissen wir noch nichts. Ja und Link ist dicht bewegen und rechts der Kamera. Aber das ist eh normal. Ein bisschen Auskundschaften, was geht? Uh. Search Parallel. Uh. A Parallel. Take all cans of beans. Aha. Silver Evil. Wollen wir alles. Natürlich. Wir haben gleich die erste Cash. Keine Ahnung was die bringt, aber wir haben sie jetzt. Oh. Silver Evil. Noch mehr Cash. Nice. Bist du nicht so eine, die Motion Signals kriegt von so Spielen? Die wird ja nicht schlecht in Hockerle. Nein. Gibt es sowas? Ja doch, es gibt Leute, die können keine FPV spielen, weil die kriegen Musik, wenn man so spielt. Bist du nicht schlecht mit der Zeit. So, was steht da drauf? Bring us the girl and wipe away the debt. This is your last chance. Aha. Also wir sollen das Mädchen filmen. Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me. Of thy sins shall I wash thee. Das ist alt Englisch. Ach wirklich? Ja wirklich. Das hatte ich nicht gedacht. Es scheint eine sehr christliche Sache zu sein, da schau. Ihr macht, was schafft es jetzt? Der wird. Hab ich ja. Okay, das war's. Sind wir das Maxl da? Also nicht die Frau? Ja, wir sind der Booker, der wird. Und was die Frau anzieht? Wir haben schon neun Silber Eagles. Was auch immer das für eine Währung ist. Sicher voll viel. Bohnen und Cereal, davon kriegt man Hilfe. Gut zu wissen. Keiner dran. Soll ich meinen Liebeschan rufen, ob wir uns vermitteln? Das ist voll schön. Guck, jetzt heißt es auch so aus. Instant. Sehr schön. Tschö. Aufi. Nicht so ungeduldig. Man muss immer das alles ein bisschen auskundschaften. Es geht. Das ist los. Da schau, da hast du es. Um Gottes Willen. Shhh. Don't disappoint us. Okay. Der hat sich ganz offensichtlich disappointed. Jetzt haben wir schon 13 Dollar. Ja. Das hilft immer. Man braucht nichts mehr. Nein. Kann man das abnehmen? Nein. Man konnte damit nicht interagten. Pör. Ah, Pör. Eine Birne. Pör. Pör heißt das. Das heißt Pör. Das heißt sicher nicht Pör. Das heißt Pör. Ich weiß. Okay. Bitte. Kommens. Wie spricht man es aus? Pör oder Pier. Pier. Pier ist das am Strang, wo du entlang gehst. Auf Deutsch, ja. Und auf Englisch heißt es auch Pier, Pier. Auf Englisch heißt das Sportmark. Nein, Pier ist P-I-E-R. Pör ist P-E-A-R. Es gibt kein Pier in Englisch. Das heißt Sportmark. Natürlich gibt es Pier in Englisch. Ja, das auch. Ich bin ein reicher Mann bevor ich überhaupt eine Mission starte. New Spells. Nein, jetzt geht es los. Schaut, das ist ein Rätsel. Aha. Easy. Die Schriftrolle mal eins, die Schlüssel mal zwei und das andere mal zwei. Das kann es ja nicht sein. Sicher. Ring Scroll. Ring Key. Ring Key. Ring Sword. Ring Sword. Ring Key. Ring Sword. Ring Sword. Ring Sword. WTF. Das war schwer als Räsel. Das war echt schwer als Räsel. Du musst schon graf olympisch. Ich werde schon nie drauf kommen. Wir werden nie drauf kommen. WTF. WTF. Was geht? Ich glaube wir haben gerade einen Kortrag gemacht. Glaubst du? Ja. Oh, hier sind die Videos. Sieht gut sein aus, oder? Ein Stuhl. Das ist creepy. Alright. Looks like they expect me to save my face and share. Sorry? Ja. Wir können auch wieder gehen. Ja, gehen wir. Da. Da. Erstmal rufen. Hast du den Kontext mit der Giri Foster? Ja. Ja. Hast du den? Ja. Wo sie diese Kapsel auch bauen? Vielleicht nicht. Das erinnert mich ein bisschen daran. Vielleicht machen wir jetzt auch so eine Überlichtgeschwindigkeitszeitreise, was auch immer. So durch ein Wurmhole. 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 Durch ein Wurmhole. What the hell? Oh, hat es ja beim Gott angerufen. Jetzt sind wir im Himmel. Nein. Nein. Ich glaube wir sind einfach nur in einer Wolkenstadt. Das ist doch dein Himmel. London. Zeppelin. So schön. Father Comstock. Our Prophet. Nice. Was we? War was toll? Wie ist er das? Was ist er? Boaz. Was we? So schön. Na wej habe noch einen Toffe bekommen. Why sollte er seine Saviour damit her werden? If you will not break the finger for our own salvation, and though he deserved not his mercy, he has led us to this new Eden, the last chance to redemption. Das ist alles nicht freundlich. Ja, man kann zumindest etwas sagen. Ja. Schon cool sammeln können. Das kenne ich schon aus mit dem Anschluss? Kenne ich nicht aus? Ja, das ist nur da bewegen, da schauen, springen und duppen. Mehr wissen wir noch nicht. Ah ja, und auf dem Viereck war immer so einsammeln und so. Okay. Und ich schätze mal dann R1 und L1 würde zum Ballern sein. Wahrscheinlich würde dann Dreieck zum Nachladen sein oder so. Schöne Musik. Das ist richtig. Jetzt werden wir in der Himmelssekte gelandet. Jetzt werden wir in der Himmelssekte gelandet. Und der Prophet, find a way into the city. Oh, wir haben einen Auftrag. Ich sag links, es ist immer links. Wenn man da nach oben drückt auf dem Steuerkreuz, dann zeigt er dir den Weg. Das ist links. Das ist links. Das ist links. Ja, da liegt schon wieder was rum. Hier Kohle. Kerzen. Die Word of the Prophet. Die macht es ja nach Bibel da. Also wenn man da nach oben drückt auf dem Steuerkreuz, dann zeigt er dir den Weg. Ein bisschen geklärt. Like a bird chain Stimmt, der ist ein altes Madonna oder Siniloppa Oh, und da steht schon der Poison Okay, da geht es runter Da war aber noch ein Weg da drüber Was? Also, The Lamb, The Future Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann man das nicht aufmachen, dann? Was ist das? Kann ich irgendwie rein? Ah, doch Also, wenn du mit dem bewegst du dich und wenn du reindrückst und dich bewegst dann machst du nichts schneller Ja Kann man nicht irgendwas mit so einem Schulterdring zu machen? Ja, wir schießen dann wahrscheinlich Dabei haben wir ja noch keinen Auscharakter zum Schießen Volumen Ja Also das ist echt zauberhaft Ja Wie lassen sich da alle taufen jetzt, oder was? Ich weiß, dass die Bilder einfach, das ist schon zu sehen Oder? Oder? Ja, ja Alle vorne Sch scientifisch Oh, schau ich habe schon eine Heldt war Was ist das? Eine Hilfsfrage. War schon immer da. Wirklich? Ja, seit wir auf dem Sessel waren. Du konntest mich uns taufen lassen. Jetzt muss ich mich... Bin ich jetzt kein Fan davon. Das ist so religiöse Rituale. Sicher ein Gift, was wir jetzt machen. Ja, das ist sicher ein schweres Aracillogen, das mich eingetaucht hat. Aber das ist nicht clean. Was ist denn das für ein Arschloch? Der bringt dich um. Mutter hält. Was ist das für ein Arschloch? Kann ich nicht machen? Was ist das für ein Arschloch? Hä? Genau, danke. Ja. Ja. Da musst du irgendwie auch so ein Art Menü geben oder so, Objectives. Wir sind doch schon dort jetzt, oder? Erzähl mal ein Ibel, wo ich das sehe, was ich mal sehe. Nein, ich wollte mein Inventory irgendwie ansehen. Drück mal auf 3. Change Tab kann ich nicht. Ganz offensichtlich habe ich noch kein Inventory. Wir haben aber schon voll friert Bier mehr. Ja, habe ich noch guter. Oh, dann kohle ich mich schon. Lass ihn nicht ablenken von so kohlen. Weiter geht's. In einer rüde Präsidentenkirche. Da eine Banane. Und ein Cola. Nice. Wie schläft? Im Himmel wissen Sie, wie es gut schläft. Das ist einfach so schön dort. Das ist einfach so schön. Das ist einfach so schön. Das ist einfach so schön. Flirten darum, dass es geht. Da und der hat nichts. Wie ist das alles so heile Welt, oder? Ja. Da schauen wir, was in der Zeitung steht. All of Columbia Celebrates. Na schau. Ja. Da war es. Das war's. Das war's. Das war's. Wow. Das ist der Prophet. Pete Niki. Kann man den Namen des Chuan. Da ist kein Platz für die Prefeste. Nur für mich. Mhm. 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 Popcorn. Also ich weiß nicht, ob du das ganze Klumpel brauchst. Ich weiß es nicht. Sicher ist sicher. Hast du die Schuhe putzen lassen, bevor es richtig losgeht? Mhm. Mhm. Ich hab dir keine Kasse. Da. Hast du die? Nein. Du kannst die nicht ausrauben. Die ist offen und da ist nichts drinnen. Ja, weil da hat die Bauern schon nicht kein Geld. Wir. Ja. Also jetzt. Hast du mir gedacht? Mhm. Mhm. Na ja. Dann gehen wir zur Stadt zurück. Dann gehen wir zur Stadt zurück. Ja. 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 Wie ist das? Wie ist das? Das ist ein Roboter-Pferd. Was geht? Was ist das? Schau mal die so. Ja oder? Aber ich weiß nicht so religiös. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, das ist echt creepy. Ja ja, geh mal. Referee ist so dunkler. Ich weiß. Hätte ich einmal ein Wort, was für ein Wort er ist? Ah, die K. Okay. Das muss ich mal. Oh, du bist ja so saufen. Ui, was hast du jetzt gemacht? Ich habe gesoffen. Ach so. Aha, ich glaube es gibt gar kein Inventor. Nein, ich glaube es gibt kein. Das wird direkt konsumiert. Ich bin nur ein bisschen rauschig. Schön vorbeischauen. Stark was nicht. Ah. Was gibt es im Bein? Nein, das habe ich nicht zu leid. Ich bin hier. Use Kinetoskop. Ist es ihm? Ist es ihm? Ein ihm? Sehr aufschlussreich. Total. Ah. Der Teufel. Okay. Sind wir von oben gekommen oder so? Ja. Ja. Ja, dann müsste ich wieder zurückgehen. Davon sind wir nicht gekommen. Voxofon. Nice. Hm. Das ist aber schon süß gemacht. Ja. Ist gut. Ciao. Wow. Wie muss das jetzt sein? Columbia's gayest bald halt. Ja. Da steht auch noch was. Oder stehen davor. Achso. Ja. Da steht auch noch gay. Ja. Die Musik von Tomorrow Today. Fancy. Ja. 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 Du musst das nicht alles essen. Will ich aber? Ja. Du bist eh super gesund. Ja. Darf ich trotzdem essen? Na. Erst, Kinder. Geht was im Weg. 44 haben wir schon. Na. Woher weißt du, dass ich der David bin? Der hat den Namen geschickt bekommen. Siehst du es nicht? Do not pick number 77. What the hell? Okay, was ist Nummer 77? Wo Nummer 77? Was war jetzt nochmal? Ich habe es noch aufgepasst. Wir sollen nicht die Nummer 77 picken. Und Comstock darf nicht wissen, dass wir hier sind. Okay. Dann schauen wir da durch. Oh, Feuerwerk. Sind echt alle klingelig, oder? Mhm. Ich glaube, dass wir sie es noch ändern. What? Ich achte. Ich muss da drauf. Gehe ich zuerst da runter. Da ist nichts. Schade, es ist abgeschnissen. Kommt nicht weiter. Da sind Peanuts hinter. Oh, und eine Trashcan. Mit einem Health Kit. Wer schmeißt das weg? Ja, ich weiß nicht. So kann ich nicht jetzt mal noch nicht. Ich weiß nicht. Oh, was ist das? Ok, dann gibt es genug Sprengstoff, da gibt es natürlich niemand die nützliche Information. Wie geht es? Oh, da gibt es was zu schauen.